Die Zauern, wir machen noch zwei Zugaben. Ja, mit einer fangen erst gar nicht an. Nee, weil es ist ja, ich hab's jetzt auch so im Programm erzählt, wir sind ja alle ein wenig anders geworden. Ja, wir sind alle ein wenig anders geworden. Wir sind ja in einer ganz komischen Zeit. Wir wollen ja immer vorne dran dabei sein. Internet, Facebook, Handy, alles, wir sind dabei. Bluetooth, lauter so Zeug. Beim Essen ist ja wieder komplett anders geworden. Beim Essen zurück zur Natur. Ich möchte wissen, wie früher mein Schnitzel hieß. Es gibt ja viel Bio, obwohl das Bio ist ja auch erst mal. Mittlerweile alles Bio, Bio, Bio. Selbst die Witze mittlerweile Bio. Ich bin auch von drei Tagen zum Autohändler. Ich sage, wie schaust denn du aus? Ich sage, wie schaue ich denn aus? Hast du heute Nacht wieder geschlafen wie ein Apfel? Ich sage, wie schläft denn ein Apfel? Mit dem Stiel nach oben. Habt ihr auch noch nicht gekannt, gell? Aber da merkst du jetzt schon, da merkst du jetzt schon, selbst die Witz-Bio, es wird alles Bio, Bio, Bio und es gibt auch viele Vegetarier. Und da muss man ja sagen, die fränkische Küche und Vegetarier, Freunde werden es nicht. Nee, weil man kann auch ein Schäufele drehen und wenden, wie man will. Es wird nicht vegetarisch. Es gibt eigentlich nur ein fränkisches vegetarisches Hauptgericht. Und über das ennfränkische vegetarische Hauptgericht habe ich ein Lied gemacht. Hau nein! Ja, Kloß mit Soß, Rastafari. Ich will ein Kloß mit Soß. Einfach ein Kloß mit Soß. Und da brauch ich noch nicht einmal ein Stück Fläschle zu. Ich will ein Kloß mit Soß. Geh mal fort, geh mal fort, geh mal fort mit deiner Roulade. Die passt jetzt überhaupt nicht in all meinen Bauch. Geh mal fort, geh mal fort, geh mal fort mit einem Spießbrade. Den kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Ich will ein Kloß mit Soß, einfach ein Kloß mit Soß. Und da brauch ich noch nicht einmal ein Stück Fläschle zu. Ich will ein Kloß mit Soß. So, jetzt will ich alle hören. Ich will ein Kloß mit Soß. Einfach ein Kloß mit Soß. Und da brauch ich noch nicht einmal ein Stück Fläschle zu. Ich will ein Kloß mit Soß. Geh mal fort, geh mal fort, geh mal fort mit deiner Roulade. Weh, 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 weh. Ich wisse gar nicht, was gut ist. Geh mal fort, geh mal fort, geh mal fort mit deiner Rindezunge. Weh, 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 weh. Weißt du, was man früher gesagt hat? Fresst uns, Fotze. Oh, na. Oh, na, na. Ja, was raus, muss, muss raus. Denn mittlerweile trimm ich schon am Kochtepo. Ich will ein Kloß mit Soß. Einfach ein Kloß mit Soß. Und da brauch ich noch nicht mal ein Stück Fleisch dazu. Ich will ein Kloß mit Soß. Gibt's dann ein Lache? Oh no. Das ist Waldorfschule. Gedanzte Hunspotze. Ich will ein Kloß mit Soß. Einfach ein Kloß mit Soß. Und da brauch ich noch nicht mal ein Stück Fleisch dazu. Ich will ein Kloß mit Soß. Ich will ein Kloß. Einfach ein Kloß mit Soß. Jo, Kloß mit Soß, Rastafari.